Schönen guten Morgen an euch allen. Und ich habe einen mega geilen schönen Anblick, oder Ausblick, wie sich das nennt. Gestern hat Tele5 entschieden, was dran sein sollte im Fernseher gestern Abend und es war das Wettchen Los Angeles dran. Ich lag gestern leider falsch mit mir in Magma. Wie gesagt, das Wettchen Los Angeles war auch ganz interessant, spannend, hat auch was mit Vulkan zu tun, in Los Angeles. Und ich wollte euch mal eine Aufnahme gemacht, zeige ich dir, was ich jetzt gerade mache, mit diesem schönen Sonnenaufgang am Blick. Die Wolken, da oder hinten die rote Sonne. Wenn ich das verdunke, kann man das ja besser erkennen. Wie geht ihr das? Das ist richtig wunderschön. Ihr könnt jetzt die Sonne besser sehen. Seht ihr das? Diese Reise ist die Sonne klein. Okay. Oder? Also? Heute wird es auch ein bisschen wärmer, 11 Grad, so wie ich das gelesen habe, oder 12 Grad. Aber leider morgens ist auch cool. Wie gesagt, wir haben fünf Eisheiligen. Die Eisheiligen haben neuling gekriegt, die kalte Sophie. Und deswegen ist es ja noch so kalt. Es war auch immer spannend, das zu beobachten. Echt, das ist krass. Da wünsche ich euch alle noch einen schönen wochentoller Tag, Mittwoch und ja, heute teils bewölkt mit Sonne, so wie ich das erzähle. Ein bisschen wärmer bei 11 Grad, aber trotzdem noch so külbigen Eisheiligen. Werdet ihr alle noch einen schönen wochentoller Tag. Das ist krass. Das war's. Das war's.